Auch im neuen Jahr 2019 möchte ich mit euch gemeinsam ins Kino gehen und tolle Filme schauen. Und so machen wir den Start mit einer neuen Community-Preview am 15. Januar in Köln mit Chaos im Netz, der zweite Teil von Ralf Reichs. Und mit dabei sind dann auch die Jungs von BullshitTV und Dennis Wert. Die haben nämlich alle zusammen ein paar klitzekleine Minirollen in diesem Film gesprochen. Also trefft ihr an dem Tag nicht nur mich, BullshitTV und Dennis Wert, sondern auch noch diese Grotsprecher aus diesem Film. Naja, nicht ganz. Wie gesagt, es sind nur klitzekleine Rollen, aber es hat einfach total viel Spaß gemacht. Und so sehen wir dann mit euch auch das allererste Mal die deutsche Fassung. Ich bin also total gespannt, wie sich das anhören wird. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf den Film. Der ist wirklich cool geworden. Richtig nett. Und verlinke euch ganz am Ende auch nochmal die Review. Vorher läuft nochmal der Trailer und wer sich immer noch fragt, okay, wie geht denn das und noch nie mitgemacht hat, einfach in die Infobox gehen, auf den Link klicken, alles eintragen. Auf jeden Fall den Newsletter aktivieren, damit ihr immer informiert werdet, wenn es neue Preview gibt. Und dann mit uns am 15.01. kostenlos mit Popcorn und Getränk und viel Spaß an der Freude diesen Abend genießen. Ich freue mich drauf und ja, Trailer ab. Wir sehen uns am 15. in Köln. Dann wollen wir dich mal einstöpseln. Biffi? Oder Biffi? Sehen wir nach, was es ist? Hallo? Jemand da? Und wir sind online. Hey, warte auf mich! Warte! Wir sind im Internet! Heilige Scheiße geht's hier ab! Das ist ja der Wahnsinn! Wow, so ein Riesenhaus. Gurgle, da sollten wir mal nachsehen, was das ist. Weiterleitung zu Ebay. Der nächste Artikel ist ein Gemälde auf schwarzem Samt von einem traurigen Kätzchen, das Einstiegs... 300! 305! Äh, 320! 325! Oh Mann, der spielt echt gut! Pass mal auf! 27 und 1! Verkauft! Ja! Ich brauche nur eine Kreditkartennummer. Was? Eine Kreditkartennummer? Sir, es kostet 27.001 Dollar. Dollar? Wie Geld? Äh... Hier sind lauter durchgeknallte Freaks. Du weißt nie, was als nächstes passiert. Hier spielt alles verrückt. Wir müssen hier raus. Mitkommen, Kleine. Was passiert hier? Das Internet bricht zusammen. Oh nein, ich raste komplett aus. Rache und Ralf! Äh... Mir reicht's jetzt! Was? Drecks Internet? Chaos im Netz. Hey, wo gehst du denn da hin? Pfannkuchen. Oh, wie cool! Lass mich mal! Pfannkuchen! 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 Hau rein, Hoppelhäschen! Ist, ist, ist! Ralf, vielleicht führst du zur Abwechslung jetzt mal das Kätzchen. Nein! Das Kätzchen kriegt den Milchshake. Das Häschen kriegt den Pfannkuchen. Pfannkuchen! 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 Pfannkuchen!